Ha! Au! Wir können mal Richtung Wegmarke da oben laufen. Alles mitnehmen, was wir noch aufnehmen. Naja. Was mäßert mich hier an? Na? Na? Achso, ich muss schon auch den angreifen. Okay. Und da ist eine Sperrin. Na toll. Danke für die Hilfe. Danke für nichts. Okay. Ein, zwei Separatisten brauche ich noch. Komm, bleib da. Na, nur noch einen. Okay. Noch ein Herz. Zwei Sehenswürdigkeiten. Und eine Wegmarke. Das können ja doch sogar... Das können ja doch mal ausnahmsweise wieder klappen. Grüß euch. Ach, das ist süßes Schild. So lustig. Spatting ging es nicht süß. Okay. Ihr ehrt mich. Gut. Wo war das jetzt? Das letzte Herz. Da. Okay. Und da ist das. Und da ist nochmal unentdeckte Sehenswürdigkeit. Die müssen wir natürlich auch noch holen. Rettet euch. Nein, na, schon wieder. Schau. So leicht geht es. Dabei weiß ich doch nur das hier mal. Versage. Tuck. Entdeckt. Wunderbar. Wunderbar. jetzt habe ich das jetzt so weit vorne hin gut noch das herzchen und diese sehenswürdigkeit ja perfekt perfekt und die sandblume weicht aus wie ein gott schon mal da schon wieder so spät der wird ja nichts zu tun hat was sind ein paar food so befreit die gefangenen der abtrünnigen vernichtet die vorräte der abtrünnigen und sammelt informationen ja ich nehme an dass wir dann da oben sein ich fühle mich riesig für höhere gerechtigkeit naja sehr gut das hat man das herzchen perfekt dann haben wir das gebiet jumping puzzle und so weiter fehlt da noch schlacht plan der abtrünnigen ich fühle mich riesig ich fühle mich riesig so so die vitalität wieder hergestellt da du ach guck mal da ist ein gefangener den kann ja auch gleich befreien oder auch nicht okay dann klappt es einfach da drin dass du dich nicht befreien lassen möchtest ja ok zuerst du ey so guck mal na ok du zuerst ein bisschen duke an naja und schon ja so und jetzt hervorragend ah befreit und hervorragend und wow 39er items transmutationssteine schlichte und holzblöcke und 24 silber und wow wow bin ja nur bigger ups falsches gut alles nehmen löschen wunderbar jetzt noch das Herzchen abchecken ja ja ihr habt eine frage was hast du denn schönes nichts ok nichts interessantes gut wo machen wir weiter ne doch nicht äh dieses gebiet haben wir abgeschlossen nach unten geht es nicht also dann machen wir doch wieder das oben weiter oder für höhere gerechtigkeit würde ich sagen haben wir zu der wegmarke ja flammenkammsteppe ja gibt es auch einiges noch nur 10 sehenswürdigkeiten das macht mir schon mal freude ok da würde ich aber sagen machen wir demnächst weiter muss jetzt mal wieder passieren und wünsche euch was bis demnächst tschüss bis zum nächsten Mal